Was wäre denn, wenn ich im zweiten Takt auf den vierten Schlag ne Triole einbaue? Alter, was genau hast du da immer gemacht? Naja, ist eigentlich ganz einfach. Es gibt nen Trick bei der Sache. Alter, Mann, Nöscher, das musst du dir unbedingt zeigen lassen, Mann. Oh, teuer ist das jetzt auch schon. Im Grunde genauso war falsch. Eigentlich muss sie... Sehr geehrter Kunde, wir öffnen Klasse 3 für Sie. Reduziert für Unteus, ausgeschlossen, also tschüss bis Sie. Ganz kleine Scheiße, zu ganz großem Preis. Die Firma schlechte, teuer Dank, willkommen in unserem Kreis. Zuerst hab ich gedacht, dass ich das gar nicht brauch. Aber dann hab ich zur Sicherheit noch ein zweites Weg genommen. Und wer weiß, dass morgen ist, so billig kann man nicht mehr zusammen. Was man hat, das hat man rücken und so lässt sich entspannen. Wir wollen konsumieren, also stellt euch hinten an. Denn alle wollen nach vorne, der Ausverkauf hängt an. Kauf, 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 kauf. Kommt zugefragt, kommt zugefragt. Kommt zugefragt, brennt schlauer Wert. Und da ging der gerade laufe, 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 laufe. Ich bin jo mal. Geht, geht, will ich mir gar nicht aufgefressen, wie du kommst zu sehen. Haben müssen, laufen wollen, kommt mir, komm. 2, 5, 4, 3, 2, 1, 1. 2, 5, 3, 1.